Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Fußballfinale, Camila Cabello pinkelte sich in ihr Outfit. Dieses pikante Detail kann Camila Cabello, 25, wohl nicht für sich behalten. Ende Mai eröffnete die Sängerin das Finale der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool im Stade de France. Das Mädli ihrer berühmtesten Songs begleiteten ihre Tänzer und sie dabei mit heißen Tanzchor-Eos. Ein großes Ereignis, das wohl auch die Sängerin nicht kalt ließ, während der Show passierte Camila ein Missgeschick. Damit rückte sie jetzt einige Tage nach dem Auftritt auf Instagram raus. Dort teilte die Ex-Freundin von Shawn Mendes, 23, ein Video ihres Outfits und gab darunter Einblick in ihre Gefühle während der großen Show. Eröffnungsfeier des UEFA-Finales Das war so aufregend, dass ich ein bisschen in mein Outfit gepinkelt habe, gestand sie darunter. Bei Camilas Look handelte es sich um einen weißen Zweiteiler mit Franzen. Doch das ist nicht das Einzige, was bei dem Auftritt schief ging. Camila wurde nach ihrem letzten Ton nämlich von den Fußballfans im Stadion ausgepfiffen. Hey guys, this is Gansha. Dann subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.